Elektronik vom Discounter, das kann richtiger Schrott sein. Das kann aber auch versteckte Markenqualität sein. Früher ist man an den Mediamarkt gegangen in Saturn und hat sich da in einem Elektronikmarkt beraten lassen. Hat sich da die entsprechenden Sachen gekauft für einen PC. Heute findet man die überall, egal ob bei Teddy, bei Ikea, bei Kik oder eben auch bei Action. Hier in diesem Video habe ich mal PC-Zubehör bei Action gekauft. Das ist die Action-Eigenmarke Battletron. Wenn man sich die ganzen Produkte von Battletron mal anschaut, dann hat man irgendwie so den Eindruck, das habe ich doch irgendwie schon mal gesehen, das kommt mir so bekannt vor. Und da gucke ich mal, wer diese Sachen herstellt, was diese Sachen alles taugen und ob man die Sachen auch zu dem Preis entsprechend kaufen kann. So sieht so ein typisches Regal mit PC-Zubehör bei Action aus bei uns in der Gegend. Da hat es dann hier verschiedene Zubehörartikel für die Nintendo, die Nintendo Switch. Hier ein bisschen PC-Zubehör 6,95 Euro, hier unten 11,95 Euro, eine Soundbar. Game Controller haben die auch, Gamepads für den PC, für die PlayStation 4. Ist nicht teuer, 19,99 Euro. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Für eben die PlayStation und für den PC. Ist einfach per Bluetooth. Und das gibt es hier einmal in schwarz. Dann gibt es hier in weiß verschiedene Farben. Den habe ich mir mal gekauft. Den kann ich mal testen. Für 12,95 Euro hatten die sogenannte Lichtbalken. Das ist wirklich ein bisschen sperrig übersetzt. Und hier sind die zu sehen. Habe ich auch mal einen gekauft. Mal gucken, was das taugt. Das ist interessant. Das kann man über eine App steuern. Da kann man die Farben einstellen. Und hier sieht man, da ist auch nochmal eine Fernbedienung dabei. So wie man das eigentlich praktisch bei jedem Discounter bekommt. Eine Soundbar für 11,95 Euro. Das ist wirklich zu günstig, um wahr zu sein. 2 mal 5 Watt. Das ist ja eigentlich nichts. Da stelle ich mal keine hohen Erwartungen dran. Und habe ich auch gekauft. Werde ich auch mal ausprobieren. Auch schön. Die ist auch so ein bisschen mit RGB. Bling, bling. Mal gucken, ob die was taugt. Eine Tastatur für 9,95 Euro. Das ist ja eigentlich so Standard. Gibt natürlich auch teurere, klar. Aber für 9,95 Euro kann man durchaus ganz akzeptable Tastaturen bekommen. Habe ich hier mal eine gekauft. Zuerst beim Aufpacken schon mal ein interessantes Detail. Die Schachtel, die ist hier komplett verklebt. Hier einmal und da drüben auch und dann nochmal außen zugeklebt. Habe ich mich schon gewundert, warum das so schwer aufgeht. Und habe die Tastatur dann rausgenommen. Ja, und dann sieht man es auch schon direkt hier unten. Ist nochmal ein Aufkleber drin. So ein RFID-Aufkleber. Also das hier ist ein Diebstahlschutz, damit den keiner hier raus macht oder entfernt. Also diese ganzen Sachen, die sind diebstahlgeschützt. Die Tastatur eben zum ersten Mal hier rausgeholt und angeschlossen. Naja, fühlt sich wirklich so an wie eine 10 Euro Tastatur, aber auch maximal. Das Ganze ist wirklich sehr leicht und irgendwie ein bisschen klapprig. Kann ich auch ganz leicht verdrehen. Also wirklich stabil ist es nicht. Immerhin, da ist natürlich die versprochene RGB-Beleuchtung dahinter. Das hier ist die offizielle Webseite von Action und hier dann die Eigenmarke Battletron. Und den Link findet ihr hier oben. Da steht er dann. Das nennt sich Next Level Gaming. Also ich weiß es nicht so ganz genau, ob das jetzt wirklich Next Level Gaming ist. Interessant aber, da gibt es eine Software zum Runterladen. Die sogenannte Battletron Software. LSC Smart Connect ist wirklich ganz einfach. Mal gucken, mit welchen Komponenten das funktioniert. Da gibt es hier einmal den Link jetzt herunterladen und dann hier Software herunterladen. Also irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Ich klicke hier oben mal drauf auf jetzt herunterladen und da spricht es auf einmal Englisch. Aber eben wirklich ganz interessant. Hier ist auch ein Link angegeben und der führt zur Seite razor.com. Also scheinbar sind das tatsächlich wirklich Markenprodukte von Razer, die eben unter einem anderen Namen im Battletron verkauft werden. Dieses Battletron PC-Zubehör, das gibt es nur bei Action. Auf der Action-Hauptseite, da gab es aber ja einen eigenen Link zum Runterladen der Software. Hier eben Software runterladen, klicke ich mal drauf und da habe ich hier LSC Battletron 2.0.17.exe auch noch. Habe ich hier die Webseite VirusTotal. Den Link findet man hier oben in der Zeile und da kann man jede Datei hochladen. Ich nehme mal eben diesen Download, diese Exe-Datei und schiebe die hier rüber und dann wird eben die Datei gescannt. Und hier habe ich einmal einen Treffer, da wurde irgendwas entdeckt. Hier AI Detect Malware und hier unten die anderen Viren Scanner, die haben da nichts gefunden. Ist immer so eine Frage, braucht man so Software, muss man die sich installieren? Aber ich habe auch schon mal Software runtergeladen von Razer oder einem anderen Hersteller, eben auch für RGB-Steuerung bei Tastaturen. Und da gab es auch hier eine Warnung. Ich kann die Software aber einfach mal installieren. Windows hat ja auch noch einen Viren Scanner, eben den Defender Smart Screen und da wird man ja im schlechtesten Fall eben auch auf dem Virus hingewiesen. Auf YouTube, da findet man ein Einführungsvideo zu Battletron LSC Smart Connect. Wie das funktioniert, hier ist der Kanal, das ist Action Deutschland, der offizielle Kanal von denen hat. Komischerweise nur 3279 Aufrufe, also wirklich populär scheint die Software oder vielleicht sogar die gesamte Komponentenreihe nicht zu sein. Ohne private Daten geht es aber nicht. Man muss die Software hier aufrufen, muss sich noch eine App runterladen auf das Handy und dann wird das Ganze gekoppelt. Das ist eben auch nochmal verknüpft mit einer E-Mail-Adresse auf dem Handy mit einem Passwort. Am liebsten hätte das Handy auch gerne nochmal den Standort und irgendwelche Geräte, die per Bluetooth oder eben per WLAN gefunden werden. Also da wird man komplett ausspioniert. Die App auf dem PC, die ist jetzt aktiviert und gestartet, aber keine kompatiblen Geräte erkannt. Also die Tastatur selber, die unterstützt LSC scheinbar nicht. Aber hier die Lightbar, die kann das scheinbar. Die besteht dann einmal aus der Lightbar selber. Dann hat es hier einen Fuß, da ist scheinbar Metall drin, der ist schön schwer. Da wird die hier so dagegen geschraubt. Dann kann man die so hinstellen. Und hier drüben, da hat es nochmal einen Halter. Den kann man irgendwo hinkleben an die Wand, an den Monitor. Kommt dann hier so in die Mitte oder halt dann oben hin. Da kann man die so vertikal irgendwo festkleben. Dann hat es hier noch eine Anleitung, die dabei ist. Und hier auch nochmal eine Fernbedienung. Da braucht man dann dieses Gedöns mit der App nicht. Da hat es nochmal einen Handschalter. Das hier ist ein Knopf. Dann habe ich hier oben den Empfänger für Infrarot. Aber man sieht ja schon, da guckt schon das Kabel raus. Die Isolierung ist ein bisschen zu kurz oder hat sich da rausgezogen. Also qualitativ auch nicht besser als das, was es kostet. Auch die Lightbar ist gegen Diebstahl gesichert. Hier ist so ein RFID-Tag in der Schachtel drin eingesteckt. Und blinkt schon mal rot. Was mag das jetzt hier bedeuten? Ist sie kaputt? Das ist die Fernbedienung. Und die reagiert hier gar nicht. Und das kann man ganz leicht testen, ob hier die Fernbedienung funktioniert oder ob die Batterie leer ist. Nimmt man einfach sein Handy, hält die Fernbedienung so davor, damit man hier eben die LED sieht. Und dann kann ich hier drauf drücken. Und da sieht man dann, wie das hier blinkt. Das sieht man mit dem menschlichen Auge nicht. Aber mit einem Handy sieht man dann das Geblinke. Und da kann man natürlich auch leicht feststellen, ob die Batterie leer ist oder ob die Fernbedienung defekt ist. Hier auf dem Bildschirm steht hier drauf, keine kompatiblen Geräte erkannt. Hinzufügen von Geräten in der LSC Smart Connect App auf ihrem Mobilgerät. Und jetzt habe ich hier mein Handy wieder in die Hand genommen, habe die App geöffnet. Und plötzlich hat eben das Rot aufgehört zu flackern, sondern das leuchtet jetzt konstant rot. Und ich klicke hier mal drauf, versuche hier ein Gerät hinzuzufügen. Das erste, was eben diese App machen möchte, um einen Standort bestimmen. Wozu auch immer ein chinesischer Anbieter von solchen Geräten man einen Standort braucht, um hier irgendeine Farbe einzustellen. Ist echt verwirrend heutzutage die Technik. Da hat man irgendein Gerät gekauft und sei es noch so einfach und lapidar. Da braucht man ein Handy für, da braucht man ein Konto für, da braucht man eine E-Mail-Adresse und ein Passwort für. Da braucht man eben auch noch ein PC für, wo man es überhaupt anschließt. Und hier soll ich irgendwas manuell hinzufügen. Hier oben möchte es auch noch mein Wi-Fi-Passwort haben. Das kriegt es hier mit Sicherheit nicht. Das Handy, was ich hier benutze, das ist auch so ein altes Handy. Das ist auf keinen Fall mein Haupthandy oder eines meiner Haupthandys. Und ich würde da auch auf keinen Fall eben so eine mysteriöse App aus China auf irgendein Handy laden, was wichtige Funktionen hat, wo irgendwo Banking-Apps drauf sind. Ich habe jetzt einfach meine Fernbedienung genommen und habe das nochmal probiert. Und komischerweise funktioniert das jetzt. Ich habe sonst nichts gemacht. Ich habe hier auf dem PC nichts gemacht, auf dem Handy nichts eingerichtet. Nur mal kurz eben die App geöffnet, aber sonst nichts eingegeben. Und hier kann ich jetzt mir verschiedene Farben hier anzeigen lassen. Jetzt reagiert eben auch diese Steuerung auf die App. Und ja, das ist alles wirklich sehr merkwürdig, sehr mysteriös und wirklich viel zu kompliziert für so eine Technik. Und da ist mir auch ganz egal, was das kostet. Also das ist wirklich absoluter Schrott. Ich habe die LED-Lichtleiste ja eben direkt hier drüben in meinen PC eingesteckt und hier mit der App versucht zu erkennen. Aber das hat ja nicht funktioniert. Da habe ich jetzt einfach mal so ein Netzteil genommen. Das habe ich bei Ikea gekauft. Schaut euch mal das Video an. Blende ich hier oben mal ein, was es mit der Ikea-Elektronik auf sich hat. Und habe das direkt jetzt hier in USB reingesteckt. Da blinkt es aber auch nur rot. Keine Ahnung warum. Und reagiert hier überhaupt nicht auf meine Fernbedienung. Also das ist echter Schrott, auch wenn es schön in der Verpackung aussieht. Die Tastatur selber, die funktioniert aber. Die ist aber auch wirklich echt klapprig. Ich habe die jetzt mal ein bisschen ausprobiert. Hört man vielleicht schon, was eben diese RGBs betrifft. Die kann ich eben ausschalten. Kann die hier einschalten. Aber wenn man hier so ein bisschen tippt, das ist wirklich mehr als klapprig. Also das ist so eine typische 2-3 Euro Tastatur. Irgend so ein Billigteil aus China. Ich probiere mal die Soundbar aus. Mal gucken, ob die ein bisschen besser ist. Schwerer ist sie auf jeden Fall. Die wiegt hier so einiges. Auch da interessant. Die Kiste ist komplett zugeklebt. Das sieht ja so aus, als könnte man hier die Lasche aufmachen. Und dann kann man hier den Deckel hoch machen. Geht aber nicht. Hier ist nochmal richtig Kleber drin. Also ich weiß nicht, vor was die da Angst haben. Aber hier ist alles mega versiegelt. Auf der Schachtel ist es ein bisschen schöner fotografiert, als es in Wirklichkeit aussieht. Also so eine typisch schwarze Soundbar. So etwas richtig langweiliges. Und hier sind die Anschlüsse einmal USB und einmal hier so ein 3,5 Millimeter Anschluss. Mal gucken, wo da eben der Ton übertragen wird. Entweder über USB oder eben auch oder nur über den 3,5 Millimeter Klinkenstecker. Das hier, das ist die leicht verständliche Anleitung zu dieser Soundbar. Irgendwo findet man auch Deutsch. Das ist irgendwo hier so im Nordosten. Und ja, nicht besonders schön gemacht. Also wer sowas hier beilegt, der hat es irgendwie nicht ganz verstanden. Laut Anleitung bekommt die Soundbar Strom von USB. Und der Sound selber, der kommt über den 3,5 Millimeter Klinkenstecker. Ist jetzt im Standby-Modus noch nicht eingeschaltet. Und hier oben, das ist lauter und leiser. Hier, das scheint LED zu sein. Hier wird das Ganze eingeschaltet. Diesmal bin ich ganz positiv überrascht. Das hat sogar direkt funktioniert. Und hier die Optik, die ist auch wirklich besser als auf der Schachtel drauf. Das ist wirklich ganz schön gemacht hier mit diesen LEDs, mit den Animationen. Wenn man das natürlich grundsätzlich mag, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr sowas gut findet, diesen RGB-Bling-Bling-Kram oder eben nicht. Sieht auf jeden Fall wirklich schön aus. Ist ein echter Hingucker. Wenn man es natürlich dauerhaft hat, geht es ein bisschen auf den Keks. Windows 11 hat die Soundbar und das Audiogerät als solches auch direkt erkannt. Auch alle selber umgestellt. Wirklich sehr positiv. Der Audioausgang war ja vorher bei dem Monitor über HDMI. Und jetzt geht er hier direkt auf die Soundbar drauf. Funktioniert das hier. Das ist das YouTube-Video zu Ikea, zu Elektronik bei Ikea gekauft. Schaut es euch mal an. Findet ihr auch unten in der YouTube-Video-Beschreibung. Und das klappt hier wirklich gut. Und auch schön, dass es hier oben einen Regler gibt für die Lautstärke. Kommt man wirklich leicht hin. Der ist auch schön groß. So ein großes Schild direkt von der Decke runter. Und da gibt es ein Brandrisiko. Das hat natürlich jetzt keinen Surround-Sound für den Preis. Aber besser als irgendwelche Lautsprecher, die im Monitor drin sind, ist es allemal. Ich kann hier mal draufdrücken. Und da kann ich eben diese Animation umschalten. Noch mal draufgedrückt. Und jetzt wieder eine andere. Kann man vielleicht auch ganz ausschalten. Ja, jetzt scheint es ganz aus zu sein. Da nervt es nicht ganz so. Die Soundbar, das ist für mich ganz klar Kaufempfehlung. Für 11,95 Euro kann man da gar nichts sagen. Ich habe die jetzt einfach angeschlossen. Hier drüben an mein Ikea-Netzteil. Dann kann da auch keine Datenkommunikation zum PC, zum Windows hin stattfinden. Da habe ich eben nur den Klinkenstecker. Da bin ich mir dann sicher, dass da nichts nach China abfließt. Bin ich mir bei der Tastatur nicht unbedingt. Und auch hier drüben bei dieser Lightbar auch nicht. Wer weiß, was die da alles kommuniziert. E-Mail-Adresse, Handy in China ja da auch noch. Aber das hier funktioniert ganz gut. Hat auch den Vorteil. Das kann ich eben auch wirklich überall anschließen. Auch an eine Videospielkonsole. Alte, neue geht. Ich kann das auch ans Handy anschließen. Und kann das Ganze hier dann eben als Soundbar, nur als Soundbar benutzen. Die Tastatur, die ist ja echt schrott. Und eben auch diese Lightbar ist auch wirklich kompletter Unsinn. Echt schrott. Und ich bin mal gespannt, was eben hier dieser Bluetooth-Controller hält. Ob der das hält, was er verspricht. Da gilt aber genau das Gleiche wie für die anderen Sachen, was die Verpackung betrifft. Der ist einmal komplett verklebt. Den kriegt man so gar nicht auf. Da muss man fast die gesamte Schachtel hier kaputt machen. Das Ganze auch hier mit Diebstahlschutz unten auf der Unterseite. Und das ist dann hier drin. Da hat es einmal hier oben ein Kabel, so ein USB-Kabel. Und hier dann den Controller. Sonst ist hier hinten nochmal eine Anleitung dabei. Das war es gewesen. Mehr braucht man ja auch nicht. Liegt einmal gut in der Hand. Fühlt sich schon mal ganz gut an. Natürlich nicht so wertig wie jetzt ein PS5-Controller. Das merkt man schon. Ich habe den einfach mal mit dem beiliegenden USB-Kabel an das Stecker-Netzgerät angeschlossen. Dann leuchten hier die LEDs und dann lädt der Akku, der hier verbaut ist. Das hier, das ist die beiliegende Anleitung. Also zum Lesen ist sie nicht wirklich gedacht. Ich habe gar nicht mal gezählt, wie viele Sprachen das sind. Es ist auf jeden Fall sinnlos. Die Schriftgröße ist wirklich kein Witz. Kleiner als ein Millimeter. Mal gucken, ob ich das Gerät hier leicht hinzufügen kann. Bei Windows 11 klicke ich auf Gerät hinzufügen. Dann Bluetooth. Und dann sucht das jetzt hier. Soll man draufdrücken. Ganz kurz. Hier blinkt es dann auch. Ich klicke hier mal auf alle Geräte anzeigen. Nö, da hat es aber scheinbar nichts gefunden. Ich probiere es ein zweites Mal. Gerät hinzufügen. Okay. Dann drücke ich hier drauf und halt es einfach mal gedrückt. Funktioniert aber auch nicht. Hier blinkt es nur wie wild, aber passieren tut da bei Windows 11 überhaupt nichts. Ich habe das Ganze jetzt hier so eine Viertelstunde ausprobiert, aber dieser Controller will sich nicht mit dem PC verbinden. Ich probiere das einfach mal, ob irgendwas mit dem PC nicht in Ordnung ist. Und da probiere ich einfach mal mein Handy aus. Und siehe da, schon gefunden. Das Ganze hat nur zwei Sekunden gedauert. Pixel 3a XL, das ist mein Handy. Und hier auf meinem Handy, da kriege ich ja auch eben den Namen von Windows 11 hier angezeigt. Also Bluetooth selber funktioniert. Ich kann mal versuchen, den Controller mit dem Handy zu koppeln. Das soll auch funktionieren, laut Anleitung. Einfach nur hier kurz draufdrücken. Dann belinkt es hier entsprechend. Mal gucken, ob da was angezeigt wird. Nö, aber nicht. Das geht direkt hier wieder aus und hier drüben wird der Controller nicht gefunden. Man kann den Controller wohl resetten. Da gibt es hier hinten so ein kleines Loch. Da kann man hier zum Beispiel rein mit einer Büroklammer. Drückt da rein und dann hört man hier so ein Klicken. Und da hält man den Knopf, den man jetzt drückt, fünf Sekunden gedrückt oder eben länger als fünf Sekunden. Dann soll er sich angeblich komplett zurücksetzen. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Eine Sekunde drücken und dann blinkt es hier auch wieder. Irgendwelche Geräte werden da auch gefunden. Alle Geräte anzeigen. Das ist jetzt nur ein Fernseher, der ein paar Räume weiter steht. Aber der Controller ist nicht dabei. Ganz im Gegenteil, ich kriege die Problembehandlung direkt angezeigt. Also dieser Controller, der ist auch defekt. Ich habe den Controller einfach mal mit dem beiliegenden USB-Kabel an den PC angeschlossen. Ist also jetzt ein Kabel-Controller geworden. Und da wird er auch scheinbar erkannt als Wireless-Controller. Ist ja schon mal prima. Ich klicke mal auf Eigenschaften und da kann ich den mal testen. Und tatsächlich, der funktioniert insofern, dass er eben mit Kabel funktioniert. Und die einzelnen Knöpfe, die funktionieren auch. Aber hier Bluetooth selber, das funktioniert nicht. Fazit von diesem Test hier. Vier Sachen, die ich bei Action gekauft habe. Davon sind zwei Sachen kaputt. Einmal der Controller, der sich nicht verbinden lässt mit dem PC oder mit anderen Geräten. Dann einmal die Lightbar, die irgendwie nur blinkt oder gerade mal irgendeine Farbe anzeigt, auf die sie Lust hat. Und nur ab und zu mal funktioniert. Dann hat es hier eben die Tastatur selber. Die funktioniert. Das ist problemlos. Aber die Qualität für 9,95 Euro ist wirklich unterirdisch. Also es gibt Tastaturen für 3, 4 Euro. Die sind besser. Nur eben die Soundbar hier, die macht einen ganz guten Eindruck. Die ist auch wirklich schön schwer. Die hat einen relativ guten Klang. Eben für diesen Preis. Das 11,95 Euro kann man nichts gegen sagen. Auch schön hier mit dem Lautstärke-Regler. Echt enttäuschend, der Controller. Der hat im Laden einen wirklich guten Eindruck gemacht. Und ich denke mal, so schlecht ist der auch gar nicht. Was eben auch gerade hier diese analogen Sticks betrifft. Das fühlt sich richtig gut an. Und er liegt auch wirklich gut in der Hand. Aber naja, wenn er sich halt nicht mit Bluetooth verbindet, dann ist er einfach defekt. Einen Kabel-Controller brauche ich ja nur wirklich nicht. Hier nochmal die einzelnen Preise. Der Lichtbalken, also dieses Gerätchen hier mit der Fernbedienung, 9,95 Euro. Wirklich rausgeworfenes Geld. Hier die Soundbar, 11,95 Euro. Wirklich top ist sein Geldwert. Die Tastatur hier hinten, 9,95 Euro. Würde ich mir auch nicht nochmal kaufen. So als Notfall okay. Aber ansonsten ist es ein ganz schönes Quietsche- und Klapperding. Und der Controller hier mega enttäuschend für 19,95 Euro. Da kann man schon wirklich eine bisschen bessere Qualität erwarten. Wie sieht das aus bei euch? Ich habe dir schon mal Elektronik bei Action gekauft, PC-Zubehör. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob das funktioniert hat. Wie lang es gehalten hat. Wart ihr zufrieden mit der Leistung, mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis von allem? Oder war die Qualität echt miserabel? Also die Schachteln, muss ich sagen, sehen ganz gut aus. Aber das, was dann rauskommt, das ist so ein bisschen Überraschungsei. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und besucht mal die Seite Tooltime.de und die Seite Tooltime.pedia. Das ist die Seite Tooltime.de. Da gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Windows 10, Windows 11 oder Linux installiert und schneller macht, wie man seinen Drucker repariert oder wie man seinen Notebook auseinanderbaut und repariert. Und jede Menge Tipps und Tricks. Besucht da mal die Seite Tooltime.pedia. Das ist diese hier. Tooltime.pedia ist ein Hardware-Archiv und ein Software-Archiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet man Hardware wie Grafikkarten, Grafikbeschleuniger, wie Mäuse, wie Software, Spielekonsolen, TK-Sachen, komplette PC-Systeme, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben.